Alles Trainer. Was für eine verrückte Serie. Acht spielen ungeschlagen und dennoch auf einem Abstiegsplatz. Heute soll es diese Elf richten. Wieder Gebhard im Tor. Aber zwei Änderungen zum 0-0 bei Borussia Dortmund. Sebastian Müller ist angeschlagen. Nur auf der Bank. Herzog gelb gesperrt. Dafür drin Tunay Dennis. Neben Sasa und Berko. Neben Ombladic. Und Pavel Dotschev ist dieses Spiel so wichtig. Aue könnte auf 42 Punkte springen. Was schon den Klassenerhalt bedeuten kann. Nach dem verlorenen Pokalderby in Chemnitz geht es auch ums Prestige. Berko kommt rein für Siaric. Das ist die einzige Änderung gegenüber dem 1-0 gegen Oldenburg. Da hat er per Elfmeter getroffen. Hinein in diese Partie. Es wurde ein verrücktes Derby. Niedfeld holt sich den Ball. Der HFC in Rot mit Ombladic. Aue in Violett. Berko, der vertändelt da für einen Moment den Ball. Erich Berghoff, der lange nicht trainiert hatte. Und dann hier der Ballverlust. Jonjic übernimmt. Und dann geht es schnell über Landgraf, der den Ball absichert. Und jetzt schnell auf der anderen Seite. Huck, Stetschik, Simmerschied. Das 1 zu 0. Sein 10. Saisontor. Zimmerschied, 4. Minute. Er ist der beste Schütze. Stetschik hebt den Blick. Er sieht Simmerschied. Und der Winkel, der ist verdammt eng. Martin Mennel fährt das rechte Bein raus. Aber Simmerschied schiebt den Ball irgendwie ins Tor hinein. Sreto Ristic, der perfekte Auftakt. Noch ohne Heimsieg. Ristic. Die Halle-Ultras natürlich euphorisiert. Aber Aue sofort im Gegenmodus. Da ist Majeczak. 1 zu 1. Sein 1. Tor überhaupt. Erik Majeczak in 4 Jahren FC Erzgebirge. Der Innenverteidiger. Er geht diesem Ball perfekt entgegen. Stefaniak bringt ihn genau dahin, wo es jeder Abwehr wehtut. Irre Auftakt in Halle. Pavel Dotschev. Minimalistischer Jubel. Die Bank freut sich deutlich mehr. Die 23. Minute. Der HFC erbrauchte dringend die 3 Punkte. 2 liegen sie aktuell hinter der Demarkationslinie. Oumladic. Der verliert den Ball. Jonjic macht es dann schnell. Auf Schreck mit Übersicht. Jonjic geht wieder in Position. Zentral Stefaniak. 1 zu 2. Aue dreht das Spiel. 24 Minuten erst gespielt. Vierter Saisontreffer für Marvin Stefaniak. Der sich im Erzgebirge so wohlfühlt. Der Ballverlust von Oumladic gegen Nazarov. Und Aue bringt das gekonnt. Perfekt zu Ende. Auch der Pass von Jonjic war genau so gewollt. Wunderbar, wie der Torschütze dem Ball entgegen geht. Die beiden Bänke, die beiden Lager so dicht nebeneinander. Docev reagiert kaum. Ristic benötigt den Schluck aus der Pulle. Das gibt es doch nicht. Die Führung so schnell verspielt. Kreuzer. Sehr viel gegenüber die rechte Seite des HFC. Gegen Stefaniak. Stetschik. Der Ball läuft gut. Und kommt wieder zurück zum Torschützen. Tom Zimmerschied. Aus dieser Position kann er sogar ein bisschen mehr machen. Versucht den Ball in den Winkel zu zirkeln. Der Zehntoremann des HFC. Der Ball ist in der HFC. Der Ball ist in der HFC. Die 32. Minute. Halle zu Hause vor. Fast 11.000 Zuschauern auf Sieg programmiert. Niedfeld. Und immer wieder über rechts. So viel Platz dürfen sie Kreuzer nicht lassen. Denn der flankt perfekt. Und das ist beinahe ein Eigentor. Durch Kurbinjan Burger. Stetschik direkt vor ihm behindert ihn noch. Vom Rücken springt der Ball ans Außennetz. Die Ecke. Wieder natürlich Kreuzer. Und wieder wird es gefährlich. Wunderbarer Schuss von Hook. Nico Hook. Ein Tor in dieser Saison. Der 24-Jährige liegt schräg in der Luft. Der Oberkörper zur Seite abgekippt. Besser kann man einen solchen Ball nicht schlagen. Noch 10 Minuten bis zur Pause. Stetschik. Wieder Hook. Wieder über die linke Seite. Berko etwas zu weit vorne. Aber der Ball ist noch heiß. Rosenlöcher kann am Ende klären. Zaza hat er zuvor geschossen. Zaza hat er zuvor geschossen. Sehr viel los vor beiden Toren. Erik Berko nicht mit dem perfekten Timing. Zaza zieht dann ab. Stetschik dazwischen. Rosenlöcher kann klären. Intensive Partie. Chancen für beide Mannschaften. Noch 5 Minuten bis zur Pause. Zaza ist immer wieder der Aufbauspieler. Er, der die längeren Bälle schlagen darf. Und dann Rosenlöcher. Und es gibt Freistoß für Aue. Sehr zur Frustration. Der Hallenser Zimmerschied ist da ganz leicht dran mit der Hand. Es wäre eine heiße Strafraumsituation gewesen. Diesen Pfiff, den muss Patrick Alt so machen. Der Ball ist nicht hören lassen. Kurz vor der Pause. Noch mal Kreuzer. Pesong mit diesem Querschläger. Halle setzte nach. Berko. Dann ist der Omladic. Omladic. Der ist immer drippelstark. Kreuzer. Stefaniak. Bleibt hängen. Händler. Und noch mal ein guter Abschluss von Dennis. Martin Mennel. Es gab viel zu tun. Fingerspiele bei Sreto Ristic zur Pause. Ein 1 zu 2. Es wäre verheerend. Patrick Alt freut sich auf Hälfte 2. Und die beginnt wie die erste endete. Langer Ball. Halenzer Bemühungen nach vorne. Aber dann geht es schnell. Über Schreck. Besong rutscht raus. Bekommt den Ball. Besong. Gut hinterlaufen durch Danhoff. Damit öffnet sich die Situation für ihn. Besong. Für Paul Philipp Besong. Drei Tore hat er erzielt in dieser Saison. Hier kommt Danhoff angesprintet. So der Abschluss für Besong möglich. 1200 Euro im ausverkauften Gästeblock. Die nächste Ecke des HFC. Und die ist kreuzgefährlich. Zimmerschied am Ende dran. Und alle bedanken sich bei Danhoff. Kreuzer. Der Kopfball. Und Danhoff am langen Pfosten. Klärt er gegen Zimmerschied. Wäre er nicht da gewesen. Der Ausgleich für Halle war fällig. Ecke wieder durch Omladic. Dreht schön auf. Omladic. Ball kommt schön. Aber kein Problem für Martin Menne. Sie brauchen drei Punkte. Sie brauchen zwei Tore. Sreto Ristic. Sreto Ristic. Stetschik. Dreht sich schön auf. Gegen alle. Berko. Abgeblockt. Und dann wollen sie den Elfmeter. Ecke. 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 Das ist das 2 zu 2. Tunay Dennis mit seinem sechsten Saisontor. Der 29-jährige Berliner. Das 2 zu 2 Lieblingsresultat des HFC. Drei der letzten vier Spiele endeten so. Sehr schöne Flanke. Wunderbar geht Dennis zum Kopfball. Der 2. Kopfballtreffer in dieser Saison. Rosenlöcher ist nicht ganz dran. Zreto Ristec. Er stand 1 hinter dem magischen Dreieck beim VfB Stuttgart. In Bundesliga 1 hinter Balakow, Bobic und Elba. Jetzt erlebt er diesen magischen Moment. Und er will mehr. Zreto Ristec. Drei Punkte sind nötig für den Klassenhalt. Zurufe von Nasarov. Aue würde mit einem Sieg auf 42 Punkte kommen. Und das versuchten sie. Cicora mit dem nahezu perfekt gesetzten Kopfball. Aber Felix Gebhardt im Tor. 106 abgewährte Torschütze. Schüsse der zweitbeste Wert in der Liga hinter Daniel Batz. Der Ball ist wegen solcher Paraden. 80. Minute. Pesson muss hinten helfen. Kommt nicht hin. Stattdessen der Ball im Strafraum. Stattdessen der Ball. Aue kann für den Moment klären. Und will den Konter setzen. Es ging auf und ab. Ein Treffer auf beiden Seiten jederzeit denkbar. Der Ball ist perfekt. Und es gibt den Elfmeter. Patrick Alt hat keine andere Wahl. Der Ball. Stattdessen der Ball. Stattdessen der Ball. Gehalten von Rosenlöcher. Es gibt die gelbe Karte. Der Kontakt reicht bis in den Strafraum hinein. Diesen Elfmeter kann man geben. Martin Mennel gegen Kreuzer. Alle vier Saisontore hat Kreuzer vom Punkt erzielt. Und jetzt auch das fünfte. Halle dreht das Spiel. 3 zu 2. Kreuzer zieht sein Trikot aus. Sieht dafür natürlich gelb von Patrick Alt. Aber das ist in diesem Moment ja alles ganz egal. Der erste Heidensieg. Er ist tatsächlich möglich. Weil Halle das Spiel gegen Aue erneut dreht. Zwei Auswärtssiege stehen da. Und jetzt der erste Heimdreier. Es ist noch lange nicht Schluss. 87. Minute. Stefaniak mit dem Einwurf. Danov hat den Ball. Aue setzte alles drauf und dran. Niedfeld kann klären. Boga ist da. Will die Ecke. Aber die gibt es nicht. Denn Kreuzer mit dem Einsatz wird dabei im Gesicht verletzt. Er liegt draußen signalisiert. Ich muss behandelt werden. Wird das auch? Kommt anschließend zurück. Um dann hier dieses Foul gegen Stefaniak zu setzen. Und er hatte Kreuzer beim Torjubel die gelbe Karte gesehen. Und da ist sie schon wieder in der Hand von Patrick Alt. Die Frage ist, wofür. Weil er zu früh ins Spiel hineingekommen ist. Das lässt sich auch nach dem Spiel nicht aufklären. Aber klar heißt hier auch gelbwürdig dieses Foul. Dieses Halten gegen Stefaniak. Der in den Strafraum gezogen ist. Freistoß von Dmitri Nazarov. Und der war so knapp. Da fehlte nicht viel. Schöne Idee ist Stefaniak davor abzustellen. Dann Freistoß auf der anderen Seite. Und den Tritt. Der Mann aus Berlin. Den Tritt. Tunay Dennis. Sechstes Saisontor. Der perfekte Treffer. Geiritt war es. Eingewechselt. Besser geht es nicht. Kurze Schritte. Rein in den Winkel. Der Ball ist unhaltbar für Martin Menne. In Unterzahl. Das 4 zu 2. Sredo Ristec wusste, jetzt kann nicht mehr viel schief gehen. Noch mal der HFC. Insgesamt 9 Minuten Nachspielzeit. Aber Halle konterte. Über Zimmerschied von Vollard bedient. Und in der Mitte ist Stetschik. mit dem 5 zu 2. Ekstase beim HFC. Sieben Tore. Eine irre Partie. Stetschik hält den Fuß rein. Sein fünftes Saisontor. Martin Mennel ohne Chance. Der HFC dreht das Spiel. Robert Paul. Blömecke mit den Interviews. Sredo Ristec mit der Siegerfaust. Und dem Kollektivjubel. Welcher Gegentreffer wurmt Sie heute am meisten? Alle natürlich. Welcher Treffer? Natürlich ärgert mich auch. Wir haben auch bis zum 80. Minute 2-1 geführt. Ähnlich so wie in Meppen. Wir müssen auch lernen. Solche Situationen müssen wir Punkt heute mitnehmen. Und dann ist alles ruhig und gut. Die Mannschaft hat sich entwickelt. Die Mannschaft hat gezeigt, was in ihr steckt. Und ich glaube, das ist ein hochverdienter Sieg. Und so zurückzukommen von eigenen Fans. Ja, ist alle einen wert. Plus diesen Zusatz, den wir jetzt haben mit diesen drei Punkten. Wir melden uns in der Liga nochmal richtig. Ausrufe zeigen. Und zudem haben jetzt die Unentschieden auch eine Bedeutung. Es ist natürlich ein sehr schönes Gefühl. Aber ich glaube, wenn man natürlich auch sechs Mal Unentschieden spielt, will man natürlich auch irgendwann einen Dreier einfahren. Aber ich glaube, jetzt jeder einzelne Punkt zählt am Ende. Und ja, wir versuchen einfach von Spiel zu Spiel zu denken. Wir versuchen einfach, den nächsten Gegner zu analysieren. Und da einfach uns komplett drauf zu fokussieren. Brustlöser? Ja, hoffentlich. Mal gucken. Jetzt erst mal am Montag Pokalspiel angesagt. Das ist, glaube ich, nochmal eine nächste Herausforderung. Und ja, danach geht es weiter mit der Liga. Das häufigste Wort nach dem Spiel war Wahnsinns-Kick in der Tat. Wenn dem HFC der Klassenerhalt gelingen sollte, dann war das heute hier der entscheidende Wendepunkt. Das ist, glaube ich. Das ist, glaube ich.